So, hallo, ähm, 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 ja, ich zeig euch heute mal Puh, ich bin in meinen 82er-Account und ja, ähm hier, ähm, 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 ja, ähm, 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 ich spiel halt mal was und ich wundern, ich glaub grad was aufgenommen und drei Gurteball ist ein Kack, ey. Denn, wenn man dann das Video beendet, ne, dann geht das nicht. Ähm, nehm ich das gerade wieder, das Video ist ja cool, glaub ich, für euch, ähm, 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 die hat den Scheiß mit dem man das aufnimmt. Und ich weiß nicht, ob heute noch Kulitz-Player 2 kommt, aber ich glaube ja, was ich nicht Zeit hab, aber ich muss ja noch Eltern machen für die Schule, ja, das muss ja jeder. Also, tja, na, man hat ja jeden Tag ein bisschen Zeit. Ja, wir machen mal Hild Drive. Hild Drive, hier haben wir. Hild Drive. Hild Drive Hild Drive und ja auf wiedersehen und ja auf wiedersehen